Tobi, du als Geschäftsmann, das sehe ich dich. Okay, okay. Ich weiß, ich hatte mal fast Monopoly gewonnen, dann ist das Spiel damals abgeschmiert. Ja, sicherlich, Tobi, klar. Red dir das ruhig ein, Tobi, ne? Nein, alles gut, immer gut. Ja, ich bin Purzel. Achso, erst mal gucken. Ja, natürlich, na, fängt ja gut an, mit einer 6. Na toll. Ich sag, das ist doch geil. Ist ja geil. Ich werde wieder super kacken. Na ja. Ja, ich werde super kacken. Tobi, der Sekt jetzt. Komm. Oh, hä? So, der putzt sich nicht nach 8. Ne, ich halt 24. Achso, okay. Pan, was ist da los? Hä, was denn? Was ist denn? Natürlich wieder Pasch. Ja, Tobi, natürlich beginnt wieder, der Tobi wird es wieder abziehen. Das ist gar kein Problem. Das Spielfeld ist aufgebaut, die Würfel bereit. Lass dir das immer laufen. Tobi, was ist das? Ja, lass mal ruhig laufen, oder? Ist doch schön. Okay, lass ich ihn lassen laufen. Schau, wie schön. Ach, das ist schon herrlich. Schau, wie schön das ist. Mh, mh. Finde ich auch. Das ist echt hübsch. Ich mag die Map. Ich bin dran. Der Sprecher ist Skybrush Threepwood aus Monkey Island 3. Jetzt hat er die Katzung geworfen. Echt? Ich glaube, ja, oder? Aber cool. Oh, Tobi unterfährt. Der Cruiser aber. Und? Ja, nice. Oh, schön. Schön. Das ist zu verkaufen, Tobi. Was sagst du? Riesenstraße. Nice, Tobi. Nice. Wäre richtig guter Deal. Gönn dir mal. Finde ich gut. Mhm. So. Tobi, Zug beenden. Ach so. Man muss immer zahlen. Hä, ich habe aber auch eine Sex gewürfelt. Ja, aber du warst nach mir. Ach so, ich verstehe. Entschuldigung, ich bin fett. Ich muss ja mal durch. God, shit. Ich mache sie jetzt fertig. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht verlieren. Ah, let's go. Hey, Tobi, die Chausseestraße, mh? Guck mal, sieht auch ganz gut aus. Wer wird der Glückliche sein? Schau mal, sieht die an. Schau mal, näher mal machen. Die paaren gleich wieder rücke vor, bis auf die Schlossallee. Ich sehe es schon kommen. Das war ja wirklich ein Pech. Aber die Museumsstraße hole ich immer wieder, ja? Ja, aber ich will die Oper nicht für Operplatz haben. Ach so, ja, Zug beenden, ne? Zug beenden, bitte. So, ich würf'n. Ich breche vor. So, einen 9. Wow. Da zieht ihr davon. Oh, bitte, gib mal echt was Gutes und nicht... Na ja, gut, ne? Also... Die Post... Ey, kennst du doch die Poststraße? Die war wirklich schön, die Poststraße. Aber der Kauf. Wenn den Brief verschicken wollt, ich bin da. Schön, jetzt sind jeder von uns eine blaue Straße. Ja, da müssen wir landieren, glaub ich. Schön gemacht, schön gemacht. So, Enta, Entschuldigung. Jetzt war ich. Ja, ja, okay. Spielen wir. Ah, jetzt kommen die paar an. Pasch 12, Pasch 12, äh, Parkstraße. Ich fang klein an. Nein, 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 ich spare natürlich mal. Das ist gut. Ah ja, Turmstraße ist auch... Ja, 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 guck mal, da könnt ihr doch mal dringend hier eine Auktion machen. Auch die Slums brauchen, liebe. Ah, eine Auktion? Jetzt fängt das wieder an. Na ja, gut. Ich mein, die lachen mich an. Nach oben, nach oben. Oh mein Gott, hab ich viel verpasst. Wir haben gerade angefangen. Warte mal. Also hier mit der Runde. Die will ich haben. Sorry. Ja, willst du haben? Na ja, die will ich schon gerne haben. Die Turmstraße. Da, wie gesagt. Da steht ein Knobbeer. Hier geh ich. Sorry. Ja, nee. Nicht? Ich will dir da nicht im Weg stehen. Weißt du, Putzi, ich schuld dir noch was von letztem Mal. Das ist richtig. Komm. Ey, ich... Noa. Mach eine Honestition. Danke. Ich... So, wie sich das steht. Oh, danke. Erik will ich... Danke, du, Erik. Ach, Mensch. Ah, herrlich. Schön. Etta. Ach so, ja, ich. Nee, hä? Doch. Ohne Fett-Taube. Wie, guck mal, es war jeglich. Ah. Oh, ich mach mal aus hier, was? La, 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 la. Oh, das ist schön. Kopfzeber. Sehr gut. Kein Pasch. Alles klar, der Tobi. Jeder wird im Arsch wackeln, wenn der losfährt. Ich will uns bezerzen daher. Oh, das ist eine neue Straße. Die kennt keiner. Da geht keiner hin. Und die. Und die. Und die. Und die. Weißt du, deswegen kann ich mir die mal kaufen, jetzt. Hä? Das lohnt sich. Hä? Ey, geht schon wieder in die Auktion. Wieso hast du denn zur Auktion gemacht? Weil ich mich verdrückt habe. Jetzt lasse Tobi mal die Straße hier. Okay, ja, gut. Dann, ne, ne? Ich will die gar nicht. Ja gut, endlich geb ich auch noch drauf, ne? Ja gut, dann geb ich auch noch. Ja, komm, einen mach 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 ich auch noch. Scheiß in Ruhe hier. Hä? Was? Ja, komm, einen mach ich noch. Die ist ja immer noch unterm Verkaufs? Was? Ich meine, da bin ich ja. Ja, das macht ja nix, ne? Einen kann man noch, oder? Ja, genau. Eins und eins. Aller guten Dinge sind eins. Genau. Gut. Putzi, weißt du noch, wie ich gerade gesagt habe? Mensch. Ja? Du Putzi, wie ich gerade zurückgezogen habe. Die neue Straße, das ist nicht die alte. Ja, aber du hast jetzt eine schöne Turmstraße. Die Turmstraße, ich habe eine, die keiner kennt. Komm ohne. Ich, aber, 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 weißt du, die neue, die ist lagiert, da geht durch, da riech ich doch. Ja? Du wirst mir nicht meinen? Ah, du stiegst so nicht. Putzi, komm, jetzt, jetzt ist aber, oder? Also, jetzt kann man noch mal. Aber einer geht noch, einer, komm. Ja, gut, aber jetzt ist, das ist jetzt zu viel. Das ist beinah schon zu viel. Und? Also. Willst du haben, willst du noch, Erik Neustraße, willst du haben? Oh, ja, bestimmt. Ja, komm, warum nicht? Okay, Erik, mach mal. Wenn sie schon mal da ist. Ach, schön, danke dir. Ach, schön. Ich war schon mal da. Aber, aber du will ich auch spazieren können. Ab und zu. Ja, ja, natürlich, du bist herzlich eingeladen, komm immer vorbei. Ach, herrlich. Komm, du bist auch vorbei. Zwölf, auch, ja, gut, okay. So, äh, Tobi, ja, ja, der, ach ja, Tobi, hat der Pasch auch noch der Feine her. Dann mach ich doch gleich noch mal. Ja, mach ich auch mal welch, ne? Was? Ihr Idiot. Was? Ich bin ich, Idiot. Ach so, 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 actually, ich bin ich auch nicht. Oh, die gehört auch schon Putzi, die gehört schon Putzi, oh, die kannst du nicht kaufen. Hä, warum nicht? Die gehört Putzi. Ach so, ja. Äh? Hey, Tobi, lass dir die Farge voll, nicht. Der hat Dipps drauf gemacht vorhin. Das geht nicht. Tobi, ich dachte jetzt schon, der wird hier verwerden. Der hat, oh, der Tobi. Ich hab's markiert. Das ist schon, also... Weil die schön ist einfach. Ich persönlich, ich mag den oberen Platz. Ich singe immer, wenn jemand vorbeikommt. Das stimmt. Ja, das ist so mein Ding. Das ist aber Disagreement, sonst hätte er's nicht bekommen. Richtig, richtig. So, dann würde ich sagen, ich schnapp mir mal ein Bahnhöfchen, wa? Oder? Das ist auf jeden Fall. Richtig, oder? Nee, falsch. Schade, hab ich mich verzählt. Hab ich grade, äh, wieder gut. Gut in Mathe. Du kriegst was. Na, hast du ein Glück, Erik? Du kommst aus dem Gefängnis. Ja. Ich hasse diese Karte. Mit der Katze, aber mal anteln. Achso, nicht mal nicht so. Vielleicht gegen die Museumsstraße, hä? Könntest du mal fragen. So. Oh je. Stock und Hut, steht ihm gut. La 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 la. Oh. Oh je, je. Ja. Also die neue Straße. Okay, das ist die Hafenstraße. Ah, die Hafenstraße. Da lebt sich ein Grundstück zuzulegen. Haben sie nicht gerne. Dann gibt's den Fisch. Dann gibt's den Fisch. Ja, ne, ne. Natürlich, man. Schön. Wenn du mal günstig wohnen willst, bei mir ist immer was für dich. Ich komm rüber zu meinem. Schön. So, so gefällt's mir. So. Dann wollen wir jetzt mal anfangen zu spielen. Warum leuchten die Panen so? Warum leuchten die Panen rosa? So, wir haben Tobi hier. Ist doch von mir an die 60 Euro. Wow. Wow. Tobi, richtiger Abzocker. Man nimmt was man kriegen kann. Oh, die leuchten alle. Ich hab's gar nicht bemerkt. Tobi hat ein Loch. Das ist schon mal schon weit. So. Ja, der Tobi. Der Tobi, der wird uns abziehen. Ich glaube, der wird uns abziehen. Oh. Oh. Das ist jetzt aber. Oh, Tobi. Oh, Tobi. Ich hab's immer gewusst. Ach, das ist ja Tobi. Ich hab's immer gewusst, Tobi. Mit deinem Eistieh-Gesicht. Tobi. Es tut mir leid. Ich hab halt die 6 Euro gerade von Pan kassiert und hab halt Steuern hinterzogen. Es tut mir leid. Da haben wir's wieder. Da haben wir's wieder. Uff, Tobi. Uff. Also ganz ehrlich. Bleib Eistieh-Gesicht. Sie sind da. So. Tobi, ich komm mal auf einmal und besuch dich später. Aber. Aber ich kenn da jemanden, Tobi, der da so ne Karte hat. So. Ach, ja. Der Erik hat ja so ne Karte. Na? Ja. Kann man die verkaufen, ne? Handeln. Oh, Theaterstraße. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Ja, aber die ist aber auch schön. Die liegt direkt in der Museumsstraße. Was will man machen? Das kostet die Welt, ne? Jetzt auch Tobi als Nachbarn, das Leben ist schön. Ach. Den alten Knast, Tobi. Aber der ist im Gefängnis. Ja, mein Nachbar wurde eingeknastet gerade. Wegen Steuerhinterziehung. Oh. Also. Wow. Krieg ich einen Bahnhof? Hier. Verdammt. Hier. Da nehm ich ihn. Ey, die Tickets, die kriegt. Und ich schon wieder. Die besten Tickets gibt's nur bei mir. Das ist wie safe. Oh nein. Die 50 Euro Wucherbahn kommt doch da wieder. Tobi, wenn's du mal schnell von A nach B kommen willst, ich bin für dich da, Tobi. Ich denk an dich, wenn ich ihn 10 hole. Guck mal hier. Putzis Spielphilos mega genial. Ich liebe die Rabbids. So. Wo kommt man hin? Ich weiß nicht. Wo rollst du denn? Oh. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Angisfeld. Jetzt sieht's richtig spannend. Und? Ne. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch einfach nicht wahr. Das kann ich. Ich hole dich auch. Also weißt du, jetzt hab ich zwei. Tobi, kommst zu mir. Weißt du. Immer an die Putz stehen. So. 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 Das ist super lieb. Super lieb. Tobi, was ist los im Knast? Hast du schon Seife aufgehoben? Ah. Da hast du noch ein paar Minuten zum Nachdenken. Aber ich bin so, bin so ein Mogul ne. Ich kenn' da gar nix. Boah. Was? Wow. 50 Euro Kaution. Wahrscheinlich beim Kaugubi klauen erwischen. Boah. Ich hab immer's hart. Richtiger YouTuber Style, ey. Erstmal verstecken. Und zieht mir seine Apollokarre gleich wieder durch hier weißt du? Oh, oh. So, und jetzt du kommst ins Gefängnis, geh direkt dorthin. Alles klar, okay. Da hab ich die Hälfte schon wieder drinnen von der Gefahr. Ja, nice! Das kostet nur 50? Das kostet nur 50, wirklich? Tobi kommt aus dem Knast und macht direkt Beratergeschäfte. Der Zug beginnt jetzt. Das ist toll. So. Diesmal bin ich nervös. Oh. Ja. Oh, ich hoffe... Nee, ne? Okay, gut. Pobi, was soll das? Hör doch mal auf mit deinem Mobbing jetzt. Zur Goethe-Straße, der Ferne her. Ach, Goethe. Ja, ja. So. Dann machen wir ein bisschen Invest. Und dann würde ich sagen, ich düse noch mal weiter, ne? Bisschen...geb noch mal ein bisschen Kette. Polizari, wer ersalte sich da mehr ab? So. Ich zieh auch mal ein bisschen durch. Einfach mal ein bisschen durchziehen. Richtig durchziehen. Richtig durchziehen. Jetzt zieh ich richtig durch. Jetzt, äh... Sieh mal. So. Ja, die Bahnhofstadt. Ich wollt grad sagen, die ist aber gefährlich nahe zum Bahnhof. In deinem Namen werde ich sie übernehmen. Ach, herrlich. Du verwaltest, was... Du verwaltest das alles, sagst du gerade, oder wie? Hm? Ja, ja, ich guck mal. Du verwaltest das... Okay, das ist sehr schön. Ja, ja. Das ist doch hinten in so ne Oase links hinten, schau wie herrlich. Ja... Was? Enter. Was? Gib mal blaserne Credits dafür, dass du seine Stream-Games geklaut hast, du Hoden-Kobold. Was? Na dann gib mal die Credits. Was? Na dann gib doch mal die Credits. Na dann gib doch mal die Credits, ey. Was bist denn du für ein Spacken, Alter? Wir hatten die Games alle aufm Channel vor Jahren. Was willst denn du? Wer ist der Melvin? Bist du... Junge, bist du peinlich! Den Melvin! Oh Gott! Ja! Oh, ist das aber peinlich! Oh, ho, 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 ho! Den Melvin! Oh! Ja, 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 immer schon! Wer ist der Melvin? Ich war... Ich hab keine Ahnung! Achso, ich hab Blas den vorstanden! Was hat der denn geschrieben? Äh, ich hab den voll die Stream-Games geklaut, ich Hoden-Kobold. Die Games, die wir spielen, sind voll geklaut. Den Melvin! Das ist das gleiche, wenn du irgendein Spiel spielst, liest du in den Kommentaren, Oh, cool, Pan, dass du spielst! Das hab ich dir vorgeschlagen! Ich... Wer bist du? Wer bist du? Ja, das ist aber keine gute Werbung für deinen Freund Melvin. Das ist für den Freund Melvin. Oder wie viel Cousin man hat immer. Ja, ich bin der Cousin von Pan. Wer? Achso! Bin ich übrigens auch. Wir sind alle. So, alles klar. Erik, aber er folgte es jetzt 2017. Ja, ich hab's grad gelesen. Oh, ja. Das... ja. Dann kennt ihr auf jeden Fall alles. Hä? Alle auf dem Gemeinschafts... Oh, 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 oh... Ne! Die Reichen werden reicher, schon wieder geht's los! Die Kluft zwischen Arm und Breich wird immer größer. Die Steuer hinterzieht sich nicht von allein, Herr. Es ist einfach traurig. So, Tobi? Tobi? Ist ein Auto nicht umweltbewusst? Alter Tobi, gib richtig Kette jetzt. Gib richtig Kette. Wahnsinn. Tobi zieht richtig durch. Die Berliner Straße. Der Tobi macht gar kein Schwein, denn Tobi ist ein Schwein. Das ist nicht da rüber. Die muss ein Schwein, wie sie es jetzt machen? Ein bisschen mehr Kontenantspaarmittel. Entschuldigung. Das Schwein trägt nämlich keine Krawatte. Achso, ja, okay. Dann hab ich nichts gesagt. Das ist normal. So. Oh, schon mal der Pasch. Oh Tobi, ich sehe Kriminelle Energie. Schon wieder Pasch, der Tobi zieht rum. Alter, du musst ins Gefängnis. Das ist Kriminelle Energie. Tobi, komm doch mal rum auf die Goethe-Straße. Hol dir mal ab, ja? Dön dir doch mal ein bisschen, hm? Da fährt das Auto schneller, wenn der Wagen ist ein bisschen leichter. Komm, tack doch mal auf auf meiner E-Tankstelle hier. Guck mal. Danke, der Tobi. Super nett. Der Henrik hat auch so wenig. Dann haben wir doch mal. Ah, ich hätte so gern gesehen, was passiert, ne? Ja, ich auch. Oh, jetzt, äh... Oh, das wird interessant später. Das wird interessant. Äh, ich glaub's ja nicht. Mit diesen Zügen kommt man überall hin. Oh, den muss ich mir nur gut halten, ne? Ach, schau. Na Tobi, das tut mir leid natürlich, ne? Nie, ich nehm dich! Weißt du, jetzt bin ich knastig und Bahnhofbesitzer. Was für ne Vita. Ehrlich gesagt liegt das ziemlich nah beieinander, ne? Ja. So, mal gucken. Ich komm auf jeden Fall nicht auf die guten Straßen. Die sind für Pan. Die sind schon reserviert. Die Pan wartet nur drauf. Die starten schon mit den Hufen. Oh, ein Bahnhof. Oh, Erik, ne? Nein, der ist mit der Butzi. Oh, ich zahl schon wieder 50 für sein Scheiß-Ticket. Aber die hast doch 50. Alter, so ein guter Freund. Ein guter Freund bewuchert mich nicht so. Butzi. Ich dachte, wir kennen uns. Jetzt gib mir doch mal Rabatt. Wir haben ein Getränkeautomaten im Action. Das zahlt ja nicht von selbst, Erik. Wir kennen uns doch, Butzi. Nein, der hat ein Klo, das die ganze Zeit läuft. Hase, das ist der Bahnhof. Erik, der Bahnhof. Wir investieren jetzt auch mit Musik am Klo. Das ist herrlich, Erik. Da ist so ein Vogelgezwitscher beim Engelhammer. Ich will keine Vögel beim Pissen. Ich will einfach keine 50 Euro zahlen für so einen vollgekackten Zug. Oh, schade. Wir haben jetzt auch einen Spiegel am Klo. Das E-Werk gehört ihm jetzt ja auch. Bahnhofsbesitzer, E-Werkbesitzer, richtig widerlicher Typ. Also, mach mich breit im Nestle. Ja. Ja, komm doch mal auf die Tür. Ja, dann komm ich doch wieder. Komm doch mal. 18 krieg ich zurück. Aber nicht alles. Das finde ich jetzt aber schon kritisch, wie ihr euch die Kohle da hin und her schlägt. So. Kann ich mich da vielleicht mal drüber gucken lassen, bitte? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh, der Scheuer-Style, ey. Sie sind dran. So, jetzt aber. Raketen an die... Kann ich nicht die Maut aufs Bretter heben? Ui, oh, was ist das denn? Oh, 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 oh. Oh. Der Zug fährt gleich ab. Putz, ich glaube, wir müssen gleich mal handeln, ne? Aber ich hab jetzt nicht gleich abgefasst. Oh, weih. Oh, weih. Richtig. Guck mal, überleg mal da. Warum, wenn du mich nicht wieder so abziehst, den Streamlates stings. Und da hab ich dir alle gegeben. Warte, ich musste mal kurz... Mein Atem gestockt. Oh. Oder? Achso, der Funk ist inzwischen raus. Auch wenn er noch im Squad-Stream mit dabei ist. Oh. Ist das... Ah. Nee, 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 nee. Ist Cola, Tobi. Ist einfach reines Bargeld. Tobi holt sich. So. Ja. Ich, äh... Und da kann ich noch an Tobi abrücken, weißt du? Hey, Tobi. Das hat's ja richtig gelohnt, hör. Hier, hier, Tobi, nimm dein Schmutzgeld einfach hier. Komm, gib mal dein Klippergeld jetzt und lass mal. Ich klem dir das in den Schlüpper, dann tanz für mich. Tobi. Das müssen aber schon Scheide sein, Eriksson. Das sind 6,1-Dollar-Noten. Ich beende mal den Zug, wa? Ach, Frank ist gar nicht mehr im Squad. Alles klar, okay. Ich dachte, doch. Oh Gott. Das ist das Gefängnis nahe. Oh, nee, doch, nee. Zu mir, Erik. Na klar. Ah, ich dachte schon, du kommst jetzt aufs Wasser wert. Oh, die Galerie ist aber die Goethe. Die zahl ich gern, dann zahl ich gern. Das hat noch gefallen. Oh, ich danke dir, ich danke dir. Da hab ich ja mein Zug, der geht fast wieder drin. Schön. Hast du wirklich, gell? Ne? Das find ich toll. Wahnsinn. Hintergründe sind schön. Sie ist okay. Na gut, aber es war's wert. La 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 la. La 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 la. Die Katze umfällt. Gib mir das. So. Auf die Straße. Oha. Oha. Die ist immer teuer. Die ist wirklich sehr teuer. Tana würde ich mir zweimal überlegen. Oh. Das schaut bei uns an, nicht so schön aus. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Doch, ich stück. Erik, rauf, da rauf. Der kommt, rauf. Erik, kenn dich. Naja, bitte. Oh, scheiße. Ich hab Space gedrückt. Ich wollte nicht, ich wollte alt. Ähm. Wer ist denn noch drin? Achso. Na gut, dann. Ohja. Wo sind alle raus? Schade. Ach Quatsch. Da seh ich nur die Panela. Ich mein. Jetzt hockt sie mich. Ihr seid jetzt aber nicht gemeint zu mir. Ihr macht das nicht zu weit, gell? Was? Ähm. Also, ich würd sie schon mal einen günstigeren Preis auch nehmen. Ja, also. Erik hat schon ne grüne. Der Erik müsste eigentlich jetzt nicht auszauen, ne? Stimmt, Erik. Erik ist ja nicht zu geizig. Ja, keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge, ne? Tobi und Hunde da. Komm, hau auf. Dann kürze ich dir. Komm, Tobi. Hey. Hallo. Dennis. Die 10er mach ich doch. Und wenn das jetzt nicht nenne, bin ich hier drauf. Nee, Tobi. Nee, Tobi. Nee, Tobi. Hunde da. Komm, das ist doch wert. Du klipp bald. Haha. Ja, der Erik, der muss ja natürlich, da müsst ihr mal da rumhandeln. Das ist Erik. Hm. 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 Was ist das die Besten? So dieses Preis hochtreiben und dann kurz vor Ender-Auchstum. Und dann rausgehen, gell? Aber der Preis ist doch nicht hoch genug. Das ist es ja eben. Na komm. Den einen mach ich noch, aber jetzt muss ich auch wirklich rausnehmen. Ja, das sagt man immer beim letzten Bier. Sagt man auch eins noch, gell? Ja, ja. Ja, der geht auch. Aber richtig, gell? So. Tobi, du bleibst drin. Wir fühlen uns grad wohl. Komm. Ja, da seh ich ihn doch. Ich nutz das. Punz, Kerl, du. So. Ähm. Zehner bin ich dabei, Tobi. Muss ich? Zehn finde ich gut. Der Harmonie. Der Harmonie. Der Harmonie. Der Harmonie. Komm, Erik. Le Gronk. Le Gronk. Hä? Le Gronk. Le Range, komm. Ja, dann... Viel Spaß damit, ne? Was? Bist du draußen? Bist du draußen? Ich bin draußen. Aber Tobi, du bist... Du bist crazy, gell? Aber Leute! Ja, das ist doch wert, die Hauptstraße. Ich hoffe, wie schön die ist, wie sie da steht. Tobi, jetzt fühl's aber teuer. Ja, Dennis, das werden wir mal sehen, ne? Tobi, jetzt... Tobi, eingeh ich noch. Tobi, komm! Nein, ich mach mal nicht! Tobi! Tobi! Tobi, du hast mehr Geld als ich. Ich hab da nix mehr. Tobi, ich gratulier dir zu der Hauptstraße. Tobi, das hast du gut gemacht. Tobi, ich geh schon. Jetzt reich ins andere hin, geil. Aber du hast die Hauptstraße, Tobi. Da steppt der Bär. Wie heißt die auch Hauptstraße? Da kommen alle drauf. Hauptstraße. Deswegen heißt die ja so. Ich nicht. Ich glaub, das war ein großer Fehler. Nee, Tobi, das war... Ich hab 600 hat letztens. Tobi, das war super. So, ich geh mal kurz pickeln. Tschüss. Tobi, der wird immer lebendig. Alter, der Tobi ist schon wieder am Pasch. Der betrügt doch, der Tobi. Wie der durch die Gegend pascht. Hey, Tobi. Er schaut, ob alles okay ist und dann fahren wir wieder weiter. Wahrscheinlich, ja. Darf ich mir nicht selbst Miete jetzt zahlen eigentlich? Und das dann als Werbungskosten absetzen? Wird dein PayPal-Konto gesperrt wegen Geldwäsche. Oh nein. Das gibt doch mal Gas, gell? Ja. Oh, oh, oh. Oh nein. Jetzt, äh... Jetzt, äh... Geht noch. So, mal gucken. Ich komm jetzt bestimmt auf die Hauptstraße. Wart mal ab. Erik, du bist dir herzlich eingeladen. Ja, das ist super lieb von dir, Tobi. Danke dir. Oh nein, ich hab schon Kaffee gemacht. Ich wünsch dich wüsstest du schätzen. Oh, hey Tobi. Ich hab dich vermissen. Oh, hey Erik. So, im Gefängnis. Verfolgst du mich? Natürlich! Natürlich! Haha! Reichen wären reicher. Fürs Krankness, da zahlt man doch gern. Mhm. Finde ich auch. So, bin Corona-positiv gesetzt. Tobi! Mein Freund! Mit mir auf dem Feld. Achso, hier. Äh, Entschuldigung. Ja. So. Würfel. Und? Hier. Alle haben. Alle haben. Ah, schön. Um die Kurve. Ich rolle um die Kurve. Zack. Nein! Nein! Herrlich! Tattis Plan geht nicht auf. Tattis Plan geht diesmal nicht auf. Die Parkstraße. Aber die kaufe ich. Oh, die ist aber schon teuer, Erik. Die Parkstraße. Die ist aber teuer. Oh, Pan. Oh, die Pan. Die Pan sieht ihre Felle schwimmen. Oh, je. Oh, je. Sie hat alles darauf gesetzt wieder. Nicht bei der Pan. Das ist die Pan-Straße. So heißt sie auch. Oh! Oh Gott, deswegen. Ähm. Ich hab eh nimmer viel Geld. Oh, weia. Oh, weia. Ich wollte dich jetzt nicht entzürnen. Oh, weia. Oh, weia. Oh, weia. Ich würde jetzt langsam mal in Deckung gehen. Ich kann nicht gehen schon. Ich roll schon weg. Es wird gefährlich werden. Es wird gefährlich werden. Es wird gefährlich werden. Es wird gefährlich werden. Wenn sie jetzt auf die Parkstraße kommt, dann lach ich ganz bittere Tränen. Ne. Eine davor. So nah und doch so... Bitte! Ja! Sie hat halt immer diese Karte. In jeder Runde. Was ist da los? Die hat immer diese Karte. Immer. Wie kann das denn sein? Sieht doch so viel Geld noch! Beim Dennis, bei Monopoly, bei uns neulich und jetzt auch. Die Pan kriegt immer diese Karte. Oh, die gab's ja 100 Zahlen. Das ist doch nicht wahr. Aber, Putzi, du hast die Dachstraße. Aber die Pan muss unsere Putzi die andere Straße abkaufen, die blaue, ne? Theoretisch. Aber die Pan steht... Aber der Putzi, der Putzi hat seinen Preis. Die Pan hat Geld. Und der ist sehr, sehr klammend gerade auf dem Konto. Ja. Tobi, das musst du nicht abhören. Da kommt Sugar Mamie Pan um die Ecke. Weißt du? Dickes Portemonnaie. Lippenstift auftragen jetzt los. Oh nein, nicht den Opernplatz. Nein, Tobi, nein. Aber da muss jetzt der Tobi singen. Tobi, du musst jetzt singen. Das ist das Agreement beim Opernplatz. Du musst singen, wenn du draufkommst. Wem der Opernplatz gehört, der muss immer singen, wenn jemand draufkommt. Immer. Ich will den gar nicht. Was? Really? Wow. Was? Krass. Aber, Erik, das ist deine Chance. Du weißt. Ich bin irritiert. Ich bin einfach irritiert. Aber das ist jetzt deine Chance. Der Gewinner singt. Ja, gut. Dann, wenn Tobi anfängt. Dann fang ich doch mal mit dem schönen... Ich überlasse euch. Richtig, richtig. Okay, das finde ich gut. Das finde ich gut. Das kann nicht lange dauern. Da bin ich da. Ach, jetzt geht das wieder los. Okay. Pan, was soll das denn jetzt? Pan? Ja, die hat doch am meisten Geld. Der tut sich gar nicht weh. Ja. Weißt du, wir müssen ja sparen. Tobi auch. Bonzenschweine. Ja, wir wollen ja nicht unter Preis verkaufen jetzt, ne? So. Möchten Sie nicht in diese Stadt? Ich hab's doch nicht. Ich hab's doch nicht. Ich bin hier rum. Komm. Pan, einmal noch hundert. Pan, sei einmal cool. Pan, komm, sei einmal cool. Oh. So. Pan, komm, sei einmal cool. Ich mach noch einen. Ich mach noch einen. Ja, richtig. Oh, nein. Ich hab Schluck auf. Oh, jetzt ist schon übern Kaufpreis. Jetzt ist schon übern Kaufpreis. Jetzt ist schon übern Kaufpreis. Jetzt ist schon ein. Pfeierbettchen. Ja, Erik, du bist ja richtig am. Ja, ja. Der ist schon am Hasseln. Der ist schon am Hasseln. Der ist schon am Hasseln. Pan, ich hätte hier noch ein leckeres Kinderbueno, ne? Ich wollt's nur sagen, ne? Du hast die gerade schon besucht, du Penner. Hast du die Packung mit nach unten genommen? Ich hab die Packung mit nach unten genommen. Und das eine hier sieht, das sieht, das ist, das ist, das sieht hier, oh, das ist ganz, das lebt hier ganz gefährlich. Warte. Ich hole es jetzt aus der Packung. Das Ding ist, Pan kann halt auch 300 dafür bezahlen, das tut nicht weh, ne? Hier, Kinder, Kinderbueno. Tobi hat die Fresse jetzt. Ich mein' ja nur. So. Dieses Kinderbueno, ja, es trägt deinen Namen. Es ruft, es ruft nach dir, ich würde es aber sofort essen. Der ist aber jetzt... Weißt du was, ich bin jetzt nicht so, komm. Gut. Und jetzt ein Kinderbueno. Okay. Ronk, du weißt, was jetzt kommt? Du hast den Opernplatz. Ja, bitte. Wir hören. Ist ja noch keiner zu Besuch. Aber ich singe, sobald einer vorbeikommt. Gehst du ja um? Hä? Also, Erik und Tobi werden auf jeden Fall noch handeln. Der Putzi und ich werden auf jeden Fall noch handeln. Ja, ja, wahrscheinlich. Ach so. Ich guck mal, dass ich den anderen Bahnhof gleich mal kaufe. Aber ich bin ja eh bald pleite. Ja. 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 Ja.